Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was nach Shadowlands kommen könnte? Es gibt einige Gerüchte, alles hier im Video. Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um World of Warcraft. Aktuell arbeite ich am World of Warcraft Quest Weltrekord mit über 9000 Quest Videos und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch jetzt ein Abo da. Shadowlands ist bald ein Jahr alt und viele Spieler denken jetzt schon über eine Erweiterung nach. Die Frage ist doch, kommt überhaupt noch etwas danach? Wie könnte die Erweiterung aussehen und welches Thema könnte sie beinhalten? Also um das schon mal vorwegzunehmen, ja, es wird weitergehen und das sogar schon von Blizzard bestätigt, von dem aktuellen Game Director Ayan Hazi Kostas. Doch wann könnte uns eine neue Erweiterung bevorstehen? Ich denke, dass es noch eine Weile dauern könnte und rechne frühestens mit 2023. Dazwischen wird noch der Patch 9.2 kommen und eventuell noch kleinere Patches. Schon jetzt wird spekuliert, was uns in der neunten Erweiterung erwarten könnte. Es wird vorausgesagt, dass das Ende von den Schatten landen kommt und die Welt damit unterbrochen wird. Ich denke, dass laut den Communities viele Spieler damit einverstanden wären. Ich denke, dass Silvanas sich zurückziehen wird und entweder eine Nebenrolle spielt oder sich auf etwas Neues vorbereitet. Doch bis wir das wissen, müssen wir leider noch etwas warten. Ich werde natürlich für euch auf dem Laufenden bleiben und wenn ich etwas Neues weiß, die Informationen auf meinem Kanal veröffentlichen. Persönlich würde ich mir etwas wünschen, was zu den Wurzeln wieder zurückkehrt, wie zum Beispiel ein Zwergen-Add-On wie bei Herr der Ringe und die Minen von Moria. Welche Erweiterungen könntet ihr euch als nächstes vorstellen? Wohin soll eure Reise gehen? Schreibt es mir doch mal einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich, sie zu lesen. Wenn dir der Artikel gefallen hat und du nichts mehr von World of Warcraft verpassen möchtest, dann würde ich mich jetzt über ein Abo freuen. Ich wünsche euch viel Spaß in World of Warcraft und viele weitere tolle Abenteuer. Euer Fuchs.